Salli miteinander, heute geht es um Bimsstein. Ich nehme eine Hartschaumplatte und schleife sie ganz fein mit dem Schleifpapier 400 Körnung. So, bis es ganz schön fein ist. Solch einen Bimsstein findet man normalerweise im Badezimmer. Mit diesem Stein, der ist ja sehr porös, hat viele Löchlein, runde, bubelige Löchlein. Da drücke ich nun einfach so hinein und forme die Oberfläche. So, und da noch ein bisschen. Und wie sieht das jetzt aus? Wie ein Kiesweg oder wie eine spezielle Hausmauer? Zeigt mir, was ihr daraus macht. Ich bin neugierig. Per E-Mail oder per Facebook. Habt ihr Fragen zum Material, so zum Beispiel zu diesen Hartschaumplatten, dann schaut nach. Auf meiner Webseite, da gebe ich viele Informationen dazu. Tschüss und trülülü. 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 Ach. Trülülü. 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 Trülülü.